Ich habe ja Assassin's Creed 2, habe ich geliebt, alle Teile davon, wobei der allererste, äh, zweite Teil, also das normale zweite, das fand ich so geil, dadurch, äh, Venedig und Florenz, oh, das hatte mir auch richtig so die, äh, den Wunsch geweckt, irgendwie mal irgendwann da nach Italien zu reisen, um in Florenz so anzugucken, wie es wirklich ist, und dann vielleicht auch die ein oder andere Parallele zu entdecken. Das, äh, wird auf jeden Fall irgendwann mal von mir angegangen, da, also, da habe ich richtig Bock drauf. Gucken wir irgendwann mal, vielleicht nächsten Sommer, wenn man genug Geld hat, ne, kann man mal machen. Und den dritten Teil, äh, hat mir überhaupt nicht gefallen, überhaupt nicht. Der vierte Teil, der jetzt bald kommen soll mit den ganzen Piratenzeugen, das ist für mich kein Assassin's Creed mehr, irgendwie. Also, den dritten habe ich angefangen zu spielen und dann aber, äh, links liegen lassen, nachdem ich da ein bisschen was gemacht habe. Weil, äh, am Anfang war ich noch beeindruckt, wo man da in der Oper ist, mit diesen bösen, was ist der, ich glaube, das ist der Vater von denen, ne, von diesen Connor-Typen da, ich weiß nicht, wie der heißt. Da fand ich das noch richtig cool, am Anfang, da mit der Oper, das war schon stylisch, aber danach, na, äh, wobei ich eigentlich so ein richtiger Amerik, äh, Amerikar, American Freak bin, so, ich mag Amerika eigentlich ziemlich sehr. Und da dachte ich eigentlich, der wird mir gefallen, aber irgendwie nicht, ich weiß nicht, das, das liegt, glaube ich, an dem, an dem Connor selbst. Der hat für mich irgendwie keine wirkliche Persönlichkeit, also, der bringt die für mich nicht wirklich rüber. Da fand ich den Etsy-Auditore, den fand ich viel geiler. Da hat das richtig Spaß gemacht, mit denen zu spielen, mit dem Weiberhelden da. Das war richtig unterhaltsam, und den Connor, äh, überweise nicht. Also, wenn so alle Indianer sind, dann mag ich keine Indianer. War, fand ich jetzt dahingehend, also, vom Charakter her ziemlich enttäuschend. Muss ich gucken, ähm, Piraten bin ich ja nicht so der Freund von, da ist ja auch irgendwie total am Boom hier alles Piraten-mäßig, seitdem der Flug der Karibik draußen ist. Ist ja Piraten voll in, und, ja, ich hab's nicht so mit Piraten. Und wir gehen jetzt, toll, freudige Banjo-Gasui-Musik, und, äh, scheiße, ja. Und es ist Nacht, wir gehen hier gleich drauf. Ja, wir müssen hier den Mammutbaum abholzen, ich hasse Mammutbäume, hab ich das schon gesagt, ich hasse sie. Haben wir kein Feuerzeug, dann könnte ich den hier anzünden. Dann wäre der Ruckzug weg, dann wäre auch hell hier in der Dunkelheit. Ja. So, hier nochmal, hier, nochmal, um auf die Facebook-Debatte zu sprechen zu kommen. Das, äh, gleiche ist bei mir mit dem Handy der Fall, äh, keine Ahnung. Mein Bruder zum Beispiel, der hat das Handy nur noch in der Pfoten, alter, der ist nur noch da am rumdaddeln, also nicht spielen. Hier SMS, da SMS, wobei, ne, ist ja nicht SMS, das ist ja hier WhatsApp oder so. Äh, benutze ich auch nicht. Äh, ganz ehrlich, mit Handy, da kann ich mich überhaupt, überhaupt gar nicht anfreunden. Äh, ich brauche da eine ordentliche PC-Tastatur und nicht so ein kleines Pissding auf dem Handy. Tablet geht schon eher. Da habe ich auch eins, aber das nehme ich eigentlich nur, äh, zum Arbeiten für eine Uni. Und, äh, für mich ist Handy auch richtig oldschool. Äh, wenn Notfall ist, rufe ich irgendwo an. Ansonsten, gut, vielleicht mal hier und da anrufen, zu Hause, wie sieht's aus mit denen und denen und... Äh, toll, ey. Aber, äh, ansonsten, hier mit Handy irgendwie die ganze Zeit Kollegen daddeln und anrufen und alles, ne, überhaupt nicht. Bin ich auch nicht der Typ für, mag ich nicht. Ja, meine Handynummer hat auch kaum einer meiner Kollegen. Und genau so soll's noch bleiben. Letztes, weil ich will, dass die hier irgendwann einfach anrufen und rumnerven. Ja, die wissen ja, wo ich wohne, können ja vorbeikommen. Aber nicht hier einfach, äh, Tarin, Bock auf Party? Nö, kein Bock auf Party. Verschwinde. Ich mach gerade meine Let's-Play-Aufnahme. Ach so, machst du das noch immer? Bist doch so erfolglos, warum machst du das denn noch? Also, hätt schon lange aufgegeben. Wie viele Zuschauer hast du jetzt? Fünf oder so? Ja, wenn's hochkommt. Ah, verdammt. Scheiße, ey. Verschwinde, du Mini-Zombie. Gott, ne. Ich hab' einen Herzinfarkt. Ich dachte schon, das ist ein Creeper. Alter, das ist was los, ne? Stirb. Ich glaub, wir sollten pennen gehen. Aber, ne, das ist ja gut zum Levelkriegen hier. Stirb. Vielleicht kommt ein Creeper. Ich seh schon, wie... Vielleicht hören wir zwischen hier und dann, bam, und weg. Scheiße. Ach. Ich hab' keinen Kopf. Alter Kollege, verschwinde da, du. Scheiß Skelett. Viel schneller in unserer Falle. Aber die wollen's ja nicht anders hier. Zu Benjo-Kasui-Musik. Wollte sterben, oder was? Schön. Gott, ne, ja. Was ist denn hier los? Verschwinde, ich will hier was craften in Ruhe. Ach, ne, jetzt kommen da die, äh, Zwillinge angerannt. Ah, das ist meiner. Nein, ich töte den. Ah, ich will sein Gehirn. Ah, ich will sein Herz. Wer kriegt hier nix von mir? Stirb. Um die Uhrzeit ist man zu Hause. Wie spät ist das im Spiel? Wo kann ich das sehen? Keine Ahnung. Da, irgendwie Mitternacht oder so. Alter, das ist schon der... Oh, Creeper. Alter. Ah, alter. Willst du hier ein Bett craften? Ne, Wolle hab ich ja nicht. Scheiße. Toll, so viele Platze haben wir gar nicht. Ja. Oh nein, da kommt der Zombie. Höh. Ja. Ey, lass die Setzlinge liegen. Das sind meine Fischgesicht. So. Äh. Boah, wir haben hier keinen Platz. Jetzt, jetzt. Alter. Jetzt kommt hier der ganze Ramsch weg. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, 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 das kann weg. Und die Knochen hier auch. Wir haben keine Hunde. Die soll es ja auch geben. Also ich weiß, dass es Hunde gibt. Also Wölfe, die kann man sehen. Dann hat man Hunde, aber boah. Hab ich noch nicht... Hab ich noch nicht gesehen. Und... Oh, Creeperalarm. Scheiße. Das gibt Ärger. Ja. Das ist ja hier nicht auszuhalten in dem Stall. Nie nachts arbeiten, ne? Gott. Stirb. So. Ein bisschen Samba. Das sieht so Samba-mäßig an. Hey. Die wollen mich doch verkackern, ne? Ne, da sehe ich noch weniger. Wenn hier hell ist und da in der Hintergrund ist es dunkel. Da ist ein roter Creeper. Scheiße hier. Die Kuh ist noch immer da. Die guckt schon so rummig. Na, wo sind die Creeper? Ne, ne, ne. Meine Milch kriege ich da nicht. Okay. Was wollte ich jetzt hier bauen? Die Scheißenbrück. Genau. Stöckchen ganz viele für Zäune. Ich hab da so ein Creeper-Gefühl. Oder? Da oben, ja. Aber der kommt hier nicht runter, denke ich mal. Schön. Der sieht mich nicht. Der interessiert sich gar nicht für... Für mich. Ja. Oder? Ne. Und gleich macht's... Und dann... Bäm! Und dann Darin ist tot. Wegen Creeper-Attacke. Und ich denke mir nur... Äh, hab ich doch gewusst. Scheiße, ey. Okay, das reicht. Erstmal hier. Schön. Wir haben auch alles dabei, ne? Alter. Nur Ramsch. Hier ein Bogen vom Skelett-Heini. Wir haben schon einen Bogen. Ah, warte. Ich hab eine Idee. Komm her, Bogen. Wir können die ja kombinieren, dann wird der repariert. Schön. Guck mal, fast wieder perfekt. Ist ja noch nicht verzaubert, dann kann man das machen. So. Wird mal langsam hier hell, wo's... Ja. Oh! Ist gleich soweit. Schöp. Hey, warum macht er nicht... Pschst. Die macht doch sonst immer hier ganz schnell... Pschst. Also wie in der Bibliothek so... Pschst. Pschst. Leiser hier. Oder ich explodier hier gleich. Immer. Das ist das Rätselslösung. Die Bibliothekarinnen da... Das sind alles Creeper, die sich verkleidet haben. Deshalb machen die auch immer... Pschst. Oh! Die Erkenntnis. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr demnächst mal in der Bibliothek seid... Ich weiß nicht, wer geht heutzutage noch in die Bibliothek, ne? Aber... Aua! Aber wenn ihr da seid, dann... Und die Frau, die macht Pschst. Dann hört lieber drauf, denn sonst... Ja. Macht's Boom! Ey, das ist doch nicht normal hier. Was hier wieder kaputt ist. Scheiße, wir gehen gleich drauf. Boah. Alter! Ich hab hier genug gekämpft für eine Nacht. Also für meinen Geschmack zumindest. Geh auf, du Sonne. Komm schon, Alter. Ah, die geht ja da auf. Naja, die kommt schon so langsam. Okay, wir brauchen hier... Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, freilassen. Und... Tja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah. Oh, hier Erde. Scheißen Dreck hier Erde. Gott, nee. So, und das jetzt noch zweimal. Alter. Das wird ein Megafeld. Das sag ich dir. Schön. Eins... Ne, zwei freilassen wieder. Und dann hier eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, und das einmal noch. Scheiße, ey, das passt doch gar nicht. Gott. Ich glaube, wir bauen an in die Richtung. Sonst müssen wir, gucken wir, ob wir dann alles abholzen müssen. Ähm. Geht das vielleicht, dass ich hier eher anfange? Das wäre eine gute Idee hier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, schön. Machen wir hier so. Machen wir hier so. Fangen wir hier an. Denke ich. Aua. Da müssen wir nicht so viel da hinten wegräumen. Im Endeffekt. Können wir hier so ein bisschen erweitern. Das ist auch eine schöne Sache. Und die Länge bis hier so. Also machen wir mal bis hier so. Und den Übergang dann irgendwie natürlich darstellen. Irgendwie so, ne? Naja, gucken wir mal, was daraus wird. Im Endeffekt, ich denke, was Hübsches. Tja. Und was soll der ganze Spaß hier? Wir brauchen natürlich, ich hab ja schon erzählt, hier mehr Platz für unsere ganzen Felder. Und hier plane ich halt, dieses ganze Felder und Viehzeugs unterzubringen. Irgendwie hier so. Und da brauchen wir schon ziemlich viel Platz eigentlich. Na, lassen wir erst mal so eine Klippe da. So eine Mini-Klippe. Schön. Gott, ne, bauen wir hier schon mal in die Länge. Wir haben ja genug Erde, dann werden wir die auch schon mal los hier alle. Alter. Alter. Kollege. Es ist Tag. Deine Zeit ist vorbei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier. In der Nacht kannst du wiederkommen. Alter, die, die lernen's nicht, ne? Schwede. Der Baum hier muss auch weg. Gott, ne. Die ganzen schönen Bäume hier, ne? Bis wohin? Bis hier, ne? Hab ich gesagt, glaub ich. Ah ja, guck mal. Dann reicht ja, ja. Schön. Die Bäume können stehen bleiben da. Und dann mach ich bis hier so, äh, schöne Sache. Ja, muss ich schon sagen. Gut. Gut, gut, gut. Sehr gut sogar. Sehr schön. Und die, äh, ist ja gleich oben hier noch. Halbe Stunde. Und dann ist schon vorbei. Also hier werden wir nicht mehr fertig. Das ist schon mal so klar wie Kloßbrühe. Aber, wir haben dann schon mal hier den Anfang geschafft. Und ich glaub, aus Zombies kloppen wir dann auch nix mehr. In dieser Aufnahme. Ist ja egal. Die, die rennen ja nicht weg. Unser Pferd ist dann auch immer schön am Rumgammeln. Wird so Gammelfleisch. Lecker. Lecker Gammelfleisch. Ganz frisch. Hä? Frisches Gammelfleisch? Das widerspricht sich doch. Nein. Wenn man ein Zombie umbringt. Ganz frisch. Ja, also wenn man den gerade erlegt hat, dann ist das Gammelfleisch frisch. Also macht Sinn. Also geht das doch. Ich weiß gar nicht, was alle wollen hier. Allmitte, Gammelfleisch kann nicht frisch sein. Ich hab grad das Gegenteil bewiesen. Natürlich schmeckt's dann noch immer nicht. Es ist ja Gammelfleisch, aber es kann frisch sein. Ganz frisches Gammelfleisch. Ah, frisch vom Metzger. So. Bin doch scheiße gelabert hier. So. Kann ich noch irgendwas zu meinem Facebook- oder beziehungsweise Handy- oder Skypen-Thema sagen? Eigentlich nicht. Hab ich ja schon meinen Punkt klar dargestellt hier. Mein, hallo. Ich bin Let's Player. Ich hab sowieso keine Freunde. Die mich erreichen wollen irgendwie. Also. Einzelweil, ich hab jetzt meine Community. Wobei, die hab ich auch noch nicht. Ich hab noch keine. Ich bin noch so unbekannt. Ich hab fünf Leute oder so. Wobei, ich habe im Moment 102 Abos oder so. Aber ich muss dazu sagen, dass die meisten Abos noch von früher sind. Da, wo mein Kanal noch kein Let's Play-Kanal war. Und früher, da war mein Kanal eigentlich so, ähm, ganz am Anfang war mein Kanal ein Tom-Raider-Kanal. So, ja, schön, ne? Tom-Raider. Schönes Spiel. Hier, Tom-Raider Underworld hab ich da angefangen. Und da hab ich ein Walkthrough zugespielt. Und da war ich einer der allerersten. Und da hatte ich schon nach ein paar Tagen, nach ein paar Tagen, ja, tausende von Aufrufen. Und, äh, die sind jetzt noch gut gesehen. Die werden jetzt noch im Monat tausendmal oder so angeklickt. Wobei, die Qualität, äh, die ist unter 240p, weil ich damals noch irgendeine billige ISDN-Leitung hatte.